Was? Wer war's denn denn? Kommt aus der Feuerwehr noch! Shirin! Berlin! Shirin! Berlin! Jasmin! Ähm... Ähm, warte, ja... Oh, du hast ja die Killer! Ja, alle die Jasmin! Da war's auch immer, ne? Chantal! Ich war nicht dabei! Ich war nicht dabei, aber nicht Chantal! Chantal! Ey, das musst du hüpfen, ey! Nicht schlacken! Du musst dir mal eine suchen, die Serafina heißt, ne? Ey, Wolf, hast du gerade die alle aufgezählt, die er schon gegessen hat, ey! Ich hab' aber getrunken! Ihr seid ganz schön gemein! Wer ist hier betrunken? Sieht man alles? Sieht man alles? Oh mein Gott, ey! Der auch, ne? Du hast die doch erstmal aufessen jetzt! Ja, jetzt keine Witze machen! Die musst du erstmal aufessen! Der ist so hoch, der ist so hoch! Der ist so hoch! Der ist so hoch! Der fällt ab! Jawohl! Ja, wohl! Ich hab' die DIN gelassen! Guck mal, du bist das? Wulff? Ja! Nichts? Gut! Gut! Seid ihr, wenn ihr woanders seid, den Raum sucht? Guck dir hier! Das bin ich auch! Was? Ich versteh dich nicht! Ich versteh die Frage nicht so ganz so! Mach mal Jugendsalte! Mach mal Jugendsalte! Bruder, dann können wir alle nicht mehr sagen! Ihr macht rufen doch nicht so den Messer rum! Das geht mir nicht! Dann hab ich letztes Mal mit dem Helm rum! Dann hab ich gesagt, ich hab gehofft mich zu mir an! Nein! Oh nein! Also, pass auf, wenn ihr mit dem Messer berufen. Also könntest du den ein oder anderen. Guck mal, das so rumsteckt, bitte! Ah, das Messer wollte ich auch. Wollen wir gleich Schloss weiter hingehen? Das ist ja immer noch am Essen! Das ist ja auch kultigiert! Ich kann nicht! Das ist ja nicht mein Bruder! Die haben wir auf der Autobahn gefunden, oder? Die haben wir doch mal auf der Autobahn gefunden, oder? Die knappen Wasser mit dem Bruder! Wo ist der Schloss? Der hängt ja! Das ist ja nicht mein Bruder! Ich fände ihn doch nicht mal! Der hängt! Das hier! Oh! Du bist ja auch noch nicht fertig da hinten! Mensch, wie war ich denn dabei? Der weniger lachende Essen! Nein! Ich glaub es hat. Was ist das? Ich glaub es hat. Was ist das? Versuchst du grad mit einer Garten? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hier! Tschüss mit Ihnen, geflüchtig! Wie geht's denn? Das war's! Ey, er hat grad... ... und versucht mit der Garten zu schreiten! Oh, bist du ja blöd, oder was? Echt, bist du auch? Oh Mann! Was soll er noch selbst rausfinden, Mensch? Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Ihr spuck nicht aus, ich will schnell Rekordfahrt schon für die ganze Zeit. Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Warte, komm mal rein essen. Du musst ja noch was lernen. 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 Ich hab mir gesagt, YouTube noch was hier. Alter, auch hier hin. Basti, Basti. Basti. Jawohl. Die ist noch mal. Die ist noch mal. Dann laufende die Frauen in die Haustür rein, wenn du nixst. Also, man. Ich bin schon freiwillig YouTube drin. Wo? Was? Ja, stimmt. Ich könnte es um so ein Rostor von Schülsenfest. Aber wenn... Aber bei einem Reiber, das ist Reiber. Ich bin schon. Hooooohh. Drei, vier, vier, frische Beruhig. Also, wenn ihr Mädchen da seht, ey, man muss doch so ein cooler Rad. Sie haben nur... Da stehst du mir... Mit deiner Gabel das Fleisch. Mit deiner Gabel das Fleisch... Also, in einer rei. Hahahaha! Hahahaha! Ich habe das nicht mehr Spaß! Hahahaha! Hahahaha! Säck dich irgendwo da drüben! Hahahaha! Ey, sind wir... Sind wir... Und... Hey, was ist das, damit du so isst? Hey, du und Essen. Vielleicht darf ich essen. Soll ich dir was helfen? Ich mach doch mal mein Messer sauber. Komm mal her. Ich brauche eine Kettensegel. Wofür? Für die Kruste. Für die Kruste. Jasmin, ja. Oswin, du versaust alles. Können wir jetzt? Wollen wir jetzt einfach nicht? Schnell's raus, was ist kaputt? Komm mal, da. Mann, Sven, ey. Du hast alles kaputt gemacht. Das Video.